Hier wird es doch ausgelöst vom Konvo hier, aber so dieses Train-Bank, der hat natürlich trotzdem einen Reader-Flow, holt sich aber noch den Kill und auch die Bombe, sich für die noch gedanken, die Quartner-Kill für die Miss Fortune. Den Shutdown-Kill hat abgeben müssen an Kogma, trotzdem bin ich mal gespannt was sich die Jungs hier jetzt dann so gönnen werden, wir sind schon das erste fertige Morellonomikons und auch Kale, ich gehe gerade noch mal beim Exeggute, derweil auch schon. Oh, tatsächlich, Miss Fortune baut da erstmal nur das Jumos und wir schauen mal wie es weitergeht, doch auf dem Black-Kriegler. Ja, das Problem auch ist hier so ein bisschen, Edicies sind so mit Kiten gemacht, aber das macht sie auch sehr kipbar, sie haben wenig Engage, außer Vaynerflüch, wenig CC, das heißt mit so einem Zillern, mit dem Pump, Ach so, ich glaube, das heißt mit KDE, ich möchte jetzt nicht mehr ankommen, ich sage mal eins, ich glaube, dass es nicht mehr so kipbar, es lege sein muss, und ich will jetzt anmelden, dass du in die Schweiz ist, was ich halt nicht mehr so klar gemacht.